Ja, und diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Messi soll seine Tiefel liegen, jetzt natürlich mit guten Pässen füttern. Ich glaube, wir können uns auf einige schöne Pässe in die Tiefe gefasst machen. Wird das die Chance? Und ab geht die Post. Er ist mutterseelenallein durch, nur noch einer vor ihm. Hier nutzt du die Chance. Alessandro Lutero, Alessandro Lutero!